Moin, Penner am Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich reise seit über zwei Jahren durch Europa mit meinem selbstgebauten Camper. Ich bin jetzt seit über einem Monat nicht mehr zu Hause und heute möchte ich über das Thema Autokauf und den Ausbau reden. Dabei gehe ich ein auf die verschiedenen Modelle, die es gibt, was man beim Ausbau beachten muss, welche Tricks ich mit der Zeit einfach gelernt habe und halt generell Sachen, die man vorher, bevor man sowas nicht gemacht hat, an die man gar nicht denkt und die mir jetzt auf den Reisen besonders aufgefallen sind, die besonders wichtig sind. So, ich bin gerade in Montenegro bei Sveti Stefan, heißt das. Ich bin ja komplett von Deutschland über Österreich, über Slowenien, die kroatische Küste entlang gefahren. Dort dachte ich mir, hey, es ist so schön hier, ich fahre mal rüber nach Montenegro und jetzt bin ich hier gelandet. Und ich will dorthin gehen, ich drehe mal kurz die Kamera um. Dort runter will ich gehen. Der Weg führt leider nicht dort runter, deswegen werde ich lustigerweise komplett dort herum gehen müssen. Genug Zeit, um das ganze Thema mal richtig auszubreiten und darüber zu quatschen. Dabei will ich bemerken, dass ich ursprünglich eigentlich eine Reihe machen wollte, indem ich tatsächlich selber einen Camper ausbaue für einen Bekannten, was sich jedoch verzögert. Doch wegen der großen Nachfrage wollte ich jetzt schon mal so ein Überblicksvideo machen. Die erste Sache, auf die ich auf jeden Fall direkt eingehen will, ist, ihr solltet euch auf jeden Fall mehrere Fahrzeuge ansehen. Gerade wenn man schon seit langem sich so einen Camper ausbauen will, kommt man meistens zum ersten Fahrzeug und hat sofort die Herzchen in den Augen. Ist total verliebt und träumt drauf los. Nein, Leute, lasst euch Zeit, guckt euch mehrere Fahrzeuge an und untersucht die auf jeden Fall ganz genau. Dazu werde ich gleich auf jeden Fall noch mehr sagen. Es gibt grundsätzlich drei Basismodelle, die immer genommen werden. Einmal den Renault Master, davon gibt es dann noch Kopien wie den Opel Movano, den ich hier habe. Das ist jedoch halt der Renault Master. Man sieht das zum Beispiel hier, wenn man unter die Motorhaube schaut. Dann sieht man hier eindeutig, dass das überall Renault-Teile sind. Hier sieht man das, das ist das Renault-Zeichen. Opel hat sich quasi einfach die Lizenz von Renault gekauft, dass die genau das gleiche Modell nachbauen können. Es gibt kleine winzige Unterschiede mit ein paar Schrauben intern, aber die werden 80% der Leute halt nicht bemerken. So, das ist Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach auch definitiv das beste Fahrzeug. Es gibt da kaum Kinderkrankheiten, um die ihr euch auf jeden Fall auch kümmern müsst. Auf jeden Fall bei Google Renault Master Kinderkrankheiten eingeben oder sowas. Bei dem Fahrzeug ist es, wie bereits in einem anderen Video erwähnt, die Fußleiste, die anfängt zu rosten. Die kann man ganz leicht behandeln und worauf ich noch warte ist, der Turbo soll hier öfters mal Probleme machen. Na ja, mal schauen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wann der Turbo den Geist aufgibt. Das beobachte ich und das versuche ich natürlich in Deutschland zu reparieren, bevor ich irgendwo nach Buxtehude fahre. Das nächste interessante Modell ist die Ducato-Reihe von Fiat Ducato halt. Das ist die beliebteste Reihe. Die haben von vornherein erkannt, dass viele Camper diese Kastenwagen umbauen. Beim Fiat Ducato ist es halt so, dass die daran gedacht haben, dass die zum Beispiel die Handbremse, die ist nicht zwischen den Sitzen, sondern die haben die auf die andere Seite gebaut, damit man halt zwischen den Sitzen besser durchgehen kann. Deswegen ist Fiat Ducato eigentlich die beliebteste Reihe. Ansonsten von Kinderkrankheiten weiß ich da auch nichts. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Fiat Ducato und der ist halt rundum zufrieden damit. Da gibt es keinerlei Probleme. Nur jedoch, die kosten halt auch mehr. Und dann gibt es noch die Option, sich so einen Benz-Sprinter zu holen oder halt eine Kopie davon. Aber da munkelt man viel, dass die halt erstens extrem teuer sind und zweitens, dass die halt viel rosten. Als letzte Option hatte ich mir dann noch die Ivecos angeschaut, aber tut mir leid. Die waren alle komplett durchgerostet von unten. Selbst die Felgen hatten da so viel Rost angesetzt. Das war echt schlimm. Da bin ich schnell von abgesprungen. Ich habe das auch selten gesehen, dass jemand einen Iveco dafür genommen hat. Ja, ansonsten ist es auch so, dass man halt in dem Auto viel unterwegs ist. Also das Auto ist wirklich die Basis. Darum müsst ihr euch kümmern und ihr müsst euch auch auf jeden Fall mit Autos auskennen, weil früher oder später müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Je mehr ihr euch da mit Autos auskennt, desto besser ist es natürlich. Also einfach mal ein paar YouTube-Videos sehen, wie kann man Ölwechsel machen, was sind häufige Probleme beim Auto, welche Fahrstile können irgendwelche Probleme mit der Kupplung hervorrufen oder sowas. Oder wie schon ich meine Bremse. Dass man einfach ein bisschen Grundverständnis dafür hat, wie so ein Auto funktioniert. Und zwei Sachen will ich da auf jeden Fall noch erwähnen, die ich für mich rausgefunden habe, die super geil sind. Die aber im Internet eher untergehen. Das sind erstens ein OBD-2-Stecker. Das ist ein kleines Gerät, das blende ich mal ein. Das steckt man sich in das Fahrzeug rein. Und dann kauft man sich noch für 5 Euro so eine App, womit man den Fehlerspeicher des Autos oder Statistiken, grundsätzlich Statistiken von dem Autocomputer abrufen kann. Da kann man viele interne, interessante Informationen finden, die einem noch vor dem Kauf des Autos zum Beispiel sagen, was für Probleme das Auto mal hatte oder sowas. Und die zweite Sache, die ihr euch noch vor dem Kauf des Autos besorgen könnt, ist ein Stethoskop. Das kennt man von den Ärzten, das Ding, was man sich in die Ohre stötzelt. Nur das gibt es auch fürs Auto. Das hat dann am Ende eine lange Stange, die man an die einzelnen Bauteile des Autos dran halten kann. Und dadurch in das Auto hineinhorchen kann. So, was fängt man damit an? Nun ja, dazu braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung. Aber die kann man sich holen, indem man sich halt eben so ein Stethoskop für, weiß nicht, 5 Euro bestellt, glaube ich. Und dann einfach am Auto von Bekannten oder von einem eigenen Fahrzeug oder einem Auto von den Eltern ein bisschen die einzelnen Bauteile durchhorcht. Da könnt ihr hören, wie läuft die Lichtmaschine? Wie sehr klackern die Ventile? Gibt es irgendwelche Reibungen im Motorspiel? Das ist auch sehr interessant und verrät euch vorher schon etwas über den Zustand der einzelnen Bauteile. Weil die Motorsteuerung, also das, was ihr mit dem kleinen OBD-2-Stecker ablesen könnt, die speichert nichts darüber, ob die Lichtmaschine einen in den Kugellager weg hat. Und diese beiden Sachen, den OBD-Stecker und das Stethoskop, diese beiden Sachen könnt ihr auf euren Reisen einfach immer wieder durchchecken. Ich habe meine Routine drin, dass ich einmal im Monat halt meinen Öl-Check und sämtliche Flüssigkeiten vom Fahrzeug überprüfe. Und dabei benutze ich auch die zwei Sachen, die sind halt eben schnell gemacht und man hat einen tiefen Einblick in das Fahrzeug. Jetzt habt ihr das Fahrzeug durchgecheckt. Dann gibt es noch eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst. Checkt auch die Papiere. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Jedoch solltet ihr euch beim Kauf natürlich den Fahrzeugbrief anschauen. Dort sind meistens auch die Vorbesitzer eingetragen. Und ein Profitrick ist, ruft die Vorbesitzer an und fragt einfach nach. Die verstehen das. Boah, ich muss hier aufpassen, dass ich mich nicht hinlege. Das ist mal wieder so ein Weg hier. Jedenfalls habe ich das auch gemacht. Ich habe den Vorbesitzer angerufen. Eigentlich ein Gewerbe, da habe ich mit dem Chef dann telefoniert. Und der sagte, es gab gar keine Probleme mit dem Fahrzeug. Die haben das Fahrzeug nur verkauft, weil es nicht zu der ganzen Flotte passte. Also das Unternehmen hat das Auto nur aus optischen Gründen verkauft. Und dementsprechend weiß man, die hatten auch viel Kohle und haben das Fahrzeug nicht vernachlässigt. Das habe ich für 6.000 Euro gekauft. Das ist in einem hervorragenden Zustand. Das habe ich zum Beispiel auch daran gesehen, dass das Serviceheft gepflegt wurde, dass alle Inspektionen immer gemacht wurden, dass regelmäßig das Öl gewechselt wurde. Ich glaube, bei mir wurden sogar die Keilriemen vor kurzem noch gemacht. Also man hat sich stetig gut darum gekümmert. Und mein Fahrzeug hat beim Kauf ungefähr 110.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Ja, und da ist mein Vertrauen in das Fahrzeug natürlich sehr groß. Ich sage ja immer, dass so ein Fahrzeug ein bisschen wie so ein Schiff ist. Wenn das Fahrzeug kaputt geht, ist es, als ob euer Schiff sinken würde. Und deswegen sollte diese Basis, das Fahrzeug, sollte auf jeden Fall echt gut sein. Deswegen nehmt euch die Zeit, wie gesagt, schaut euch YouTube-Videos an, lernt viel über die Technik, schaut euch mehrere Fahrzeuge an, untersucht die Fahrzeuge ganz genau, Fehlerspeicher auslesen, einmal alles durchhorchen und vergleichen mit den Geräuschen, die man von anderen nicht kaputten Fahrzeugen kennt. Und dann, wenn der Preis stimmt, schlagt zu. Habt keine Angst vor dem Kauf. Denn wenn ihr so weit gegangen seid und das Fahrzeug so sehr inspiziert habt, dann seid ihr schon viel weiter gelaufen, als die meisten Leute, die sich ein Auto kaufen. Wenn ihr dann noch eure Meinung ändert, dann könnt ihr das Fahrzeug natürlich immer zum gleichen oder vielleicht sogar zum höheren Preis wieder verkaufen. Dabei will ich noch etwas sagen zum Thema Neufahrzeug oder ein gebrauchtes Fahrzeug. Ich habe mich für ein gebrauchtes oder auch ein älteres Modell entschieden, weil erstens, da kennt man bereits die ganzen Kinderkrankheiten. Wenn jetzt der neueste Benz Sprinter auf den Markt kommt, da weiß ich nicht, was daran kaputt gehen wird. Und so bei einem älteren Modell habe ich bereits viele Erfahrungen im Internet lesen können, was dabei kaputt geht und dass ich auch weiß, dass das Fahrzeug überhaupt auch ein gutes Modell ist. Und beim Gebrauchtfahrzeug kann ich das auch auf jeden Fall zum relativ gleichen Preis wieder verkaufen. Bei einem Neufahrzeug ist es nämlich so, dass man, sobald man die Werkshalle verlässt und drei Meter fährt, so sagt man das, sobald man drei Meter fährt, ist dieses Fahrzeug nur noch die Hälfte wert. Also Neufahrzeug kam für mich nie in Frage. Ich bin auch so ein kleiner Tüftler, da fummel ich also gerne eher an älteren Fahrzeugen herum. Man lernt dabei viel und es ist halt eben ein kleines Abenteuer. Und wenn man halt eben Vanlife machen möchte oder halt viel reisen möchte, dann ist man eh ein Abenteurer. Also passt das alles schon mit dem gebrauchten Fahrzeug. So, ich muss jetzt wieder aufpassen, wo ich hintrete, sonst endet das Abenteuer gleich für mich hier. So, du hast dir dein Fahrzeug jetzt gekauft. Dann zuerst gratuliere ich dir vom Herzen gratuliere ich dir zu deinem neuen Fahrzeug. Das Erste, was du machen sollst, also Fahrzeuganmeldung und sowas, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das Erste, was du machen solltest, ist, das Fahrzeug komplett zu reinigen. Das ist die einzige Chance, wo du wirklich eine kerntiefe Reinigung vornehmen kannst, bevor du dir da alles reinbaust. Damit meine ich, wenn du eine Bodenplatte drin hast oder bereits Holz an den Wänden hast, wie es zum Beispiel oftmals von den Fahrzeugen, von den Schreinereien gibt, dann baue das alles raus und fege einmal komplett durch. Auch die Luftkanäle in den Fahrzeugen selber. Seitlich habt ihr dicke, fette Streben, die das Fahrzeug stabilisieren. Da können Holzspäne drin sein. Mein Fahrzeug war von einer Schreinerei, das war voll mit Holzspänen. Und das muss alles raus. Also Dreck kann ja auch irgendwelchen Schimmel oder irgendwelche anderen Bakterien mit sich herumtragen. Deswegen solltet ihr das erstmal reinigen. Ich musste bei mir auch die Bodenplatte rausnehmen und einmal durchfegen. Habe ein Foto von dem Boden gemacht, ohne diese Bodenplatte. Um später einfach zu wissen, falls es dort die Möglichkeit gibt, irgendwo Schrauben anzusetzen oder sonst irgendetwas, damit ich ein Foto, eine Referenz dafür habe. Und auch diese ganzen Ecken, wo die Hohlräume drin sind und sowas, die habe ich einfach mit so einem Staubsaugerschlauch einmal durchgesaugt, um einfach alles rauszubekommen, was da drin ist. Bei diesen Hohlräumen könnte es auch sein, dass dort halt vom Vorbesitzer Holz drin ist und die Luftfeuchtigkeit sich da festsetzt und das dann an den Stellen halt eben auch schnell rosten könnte. Macht am Anfang die komplette Karre sauber. Der nächste Punkt auf der Agenda wäre dann das Ausschäumen dieser Hohlräume. Es gibt da viele Debatten drüber, ob man das machen soll oder nicht. Ich habe das nicht gemacht und ich bereue es. Weil wenn ihr die Hohlräume mit PU-Schaum ausschäumt, dann ist das Fahrzeug noch besser gedämmt und es kann sich gerade in diesen Hohlräumen auch keine Feuchtigkeit sammeln. Ich hatte vorne im Radkasten ein Problem, da war ein Konstruktionsfehler. Und da hat sich Feuchtigkeit angesammelt, das hat angefangen zu rosten und ich musste das Stück rausschweißen und neu einsetzen. Und danach habe ich diesen Hohlraum halt eben tatsächlich auch mit PU-Schaum ausgeschäumt und ich wünschte, ich hätte das halt einfach mit dem ganzen Fahrzeug gemacht, noch bevor ich das ganze Auto halt vollgebaut hätte. Hallo. Dann stellt sich die Frage, Stealth Camper oder kein Stealth Camper? Ich habe mich für den Stealth Camper entschieden, ich bereue es gar nicht und ich würde den auch nicht zum Wum- oder zum Nicht-Stealth Camper umbauen. Ich würde auch jedem raten, auf jeden Fall einen Stealth Camper zu bauen, da könnt ihr überall rumstehen. In Kroatien ist es eigentlich verboten, wild zu campen, ich hatte da gar keine Probleme mit. Andere beschreiben da immer irgendwelche Horror-Stories. Zudem habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit euren Stealth Camper zu einem Nicht-Stealth Camper zu bauen. Wenn ihr doch so super extrovertiert seid und ständig Kontakt zu anderen Menschen braucht und euch gar nicht zurückziehen wollt, dann könnt ihr euch immer noch da irgendwelche Fenster reinsemmeln. Andersrum ist es dann eher schwieriger. So ein Fenster wieder zuzusemmeln ist für so einen Otto-Normalverbraucher natürlich etwas schwieriger. Also ja, das ist dann natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich tendiere definitiv zum Stealth Camper. Ja, ich komme dem Ziel immer näher. So, kommen wir zur nächsten Sache. Das nächste ist fast immer Alubutyl- oder Bitumenplatten. Das sind Platten, die verhindern, dass die Akustik von außen so sehr nach innen dringt. Oder eher gesagt, die verhindern, dass die Bleche im Auto so viel mit vibrieren. Das wird gemacht noch bevor ihr dort Amaflex oder die Isolationsmatten reinpackt, die halt für die Temperatur zuständig sind. Ich empfehle das dringend, wie auch in einem anderen Video bereits erwähnt, weil ihr halt eben auch nicht wisst, ob ihr nicht mal an der Straße... Ja gut, ihr wisst, ihr werdet definitiv irgendwann an der Straße pennen müssen. Also direkt neben einer Straße. Und dann werden euch diese 100 Euro, die ihr euch als Akustikschutz noch reingesemmelt habt, die werden euch eine Menge Freude bereiten, weil es definitiv viel, viel ruhiger ist, wenn man sich diese Matten da reinsetzt. Da spricht auch irgendwie kaum jemand drüber, aber erfahrene Camper, die mir zum Beispiel beim Ausbau Tipps gegeben haben, die haben darauf bestanden, dass ich mir diese Platten da reinsetzte. Ich dachte mir auch, das bringt doch kaum was. Das sind doch nur so kleine Platten, aber doch, ja, das bringt definitiv was. Und Grüße an Andi, danke für den Tipp, auch am Radkasten, also an den hinteren Radkästen, solltet ihr dann diese Platten reinsetzen, weil während der Fahrt erzeugen diese Reifen laute Geräusche und dann habt ihr ein lautes Brummen in eurem Camper. Und mit den Platten könnt ihr das halt eben verhindern. So, kommen wir endlich zur Isolation, also zur thermischen Isolation des Fahrzeugs, Amaflex und dergleichen. Ich selber habe K-Flex eingebaut, weil es günstiger war und rein theoretisch, also auf dem Papier höhere Dämmwerte hatte, minimal höhere Dämmwerte. Jedoch muss ich sagen, dass K-Flex ein bisschen nachriecht. Wenn die Sonne drauf scheint, dann dampft es nach und es riecht nach Chemikalien oder es roch eine lange Zeit sehr nach Chemikalien in meinem Fahrzeug. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man auf jeden Fall, wenn man sich Holzbalken reinsetzt, die quer zu den tragenden Streben des Autos baut, um Wärmebrücken zu verhindern. Ihr werdet aber auch mit diesen Amaflex-Dämmmatten nicht alles komplett abdichten können. Da werden immer kleine Lücken zwischen sein und da wird die Luftfeuchtigkeit und die warme Luft reinrutschen und dort Kondenswasser absetzen, sodass es irgendwann von oben runter regnet. Diese kleinen Lücken könnt ihr dann auch noch mit PU-Schaum ausfüllen, weil PU-Schaum hat auch genau die gleiche hohe Dämmleistung wie Amaflex. Nur PU-Schaum ist halt wesentlich teurer, deswegen benutzt man diese Dämmmatten wie Amaflex halt eben. Aber dazu kommt auf jeden Fall, ups, ich muss mal hier rüber, ohne überfahren zu werden. Aber dazu kommt dann auf jeden Fall noch ein eigenes Video zum Thema Dämmung und Lüftungskonzept und sowas. Weil das ist so ein Riesending, da kann man sich ewig drüber unterhalten. Hallo. Hallo. Ich bin ein so ein Riesender. Danke. Ja, komm. Ach, du tähnst, ich falte, ich wende. Go, wir sind mir nicht. Pass. Go. Let's go. Jetzt bin ich fast da und die Sonne ist weg. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir uns darüber unterhalten können, was ins Auto letzten Endes reinkommt. Das, worüber sich alle ständig unterhalten. Da will ich nicht großartig dazwischen funken, weil es immer individuell ist, was jeder haben möchte. Aber ich möchte ein paar Grundkonzepte vorstellen. Und zwar solltet ihr am Anfang eine Liste führen. Setzt euch zu Hause hin, guckt, was ihr im Alltag alles macht und schreibt es euch auf. Sortiert es nach der Priorität und genau nach dieser Priorität solltet ihr die Sachen in euer Fahrzeug reinbauen. Zum Beispiel bei mir war die Arbeit wichtig, das Schlafen sehr wichtig und natürlich die Ernährung war wichtig. Ich habe mir einen College-Block gekauft und dann einfach alles reingekritzelt und auch sämtliche Ideen reingeschrieben, die ich hatte. Und die restlichen Sachen, die euch mit der Zeit einfallen, könnt ihr dann immer noch einbauen. Die werden dann halt nicht so viel Platz wegnehmen können. Aber genau so soll es auch laufen. Die nächste wichtige Sache ist, dass ihr euch auf jeden Fall Platz für die Belüftung lässt. Das hört sich jetzt kontraproduktiv an, weil man sich denkt, ich soll das Auto isolieren und dann soll es gelüftet werden. Ihr solltet es selber kontrollieren können, dass ihr das Fahrzeug zum Beispiel aufwärmt und dann kontrolliert lüften könnt. Zum Beispiel, damit meine ich Ventilatoren an der Decke. Man kann natürlich auch die Türen aufmachen, aber um drei Uhr nachts, wenn euch irgendwie die Luft zu dick wird im Fahrzeug, wollt ihr nicht aufstehen und die Tür aufmachen. Dann ist so ein Ventilator an der Decke natürlich das allerbeste. Da oben steht mein Auto. Und da gehe ich jetzt rein. Oh, ich ahne Schlimmes. Die Sonne ist weg und Sveti Stefan hat zu. Ja, das ist auch halt Nebensaison, ne? Naja. Mal schauen, dafür kann ich vielleicht mit der Drohne reinfliegen. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, ist, das rate ich immer, baut euer Fahrzeug nicht sofort schön, weil ihr werdet bestimmt viele Sachen ändern müssen. Und auch teure Materialien direkt zu benutzen, lohnt sich am Anfang meistens nicht. Ich war auch kein Vollprofi-Camper-Bauer, deswegen wusste ich, hey, ich baue einfach alles aus Holz zusammen. Ein paar Sachen sind kaputt gegangen, ein paar Sachen wusste ich nicht, wie man die baut. Die musste ich im Nachhinein ändern und das ist natürlich schade, wenn man direkt alles wieder rauskloppen muss. Es ist auch sehr gut möglich, dass ihr damit dann bereits zufrieden sein werdet. So. Da von den Bergen überall jetzt die Wolken rübergeschwappt kommen wie so eine Wasserwelle, habe ich mich dazu entschlossen, wieder wegzugehen. Ich konnte ja eh nicht reingehen. Da wir gerade beim Thema erstmal billig aufbauen sind, kann ich direkt weitergehen dazu, dass es sich für mich gelohnt hat, nicht alles direkt zuzumachen. Ich meine, das geht Hand in Hand mit schön machen. Ich habe ja bei mir alles relativ offen gelassen, dadurch habe ich einen leichten Zugriff zu möglichen Sachen. Ich hatte zum Beispiel einmal den Vorfall, da ist mir mein Dieseltank von der Heizung ausgelaufen. Und da war es natürlich das Beste, dass ich nicht die ganze Karre zerlegen musste, um überall den Boden abzuwischen. Oder ihr wollt noch irgendwelche Kabel irgendwo hinziehen. Da ist es dann natürlich besser, wenn das Auto nicht komplett abgeschottet ist. Und auch nicht nur diese Änderungen, die ihr noch im Nachhinein vornehmen wollt, sind wichtig, sondern es kann auch zum Beispiel sein, dass ihr irgendwo eine falsche Schraube benutzt habt, das ist mir auch passiert, die nicht für den Zweck eigentlich gedacht ist und die sich mit der Zeit gelöst hat. Und das ist natürlich der absolute Horror, wenn ihr den ganzen Schrank abbauen müsst, um an irgendeine Schraube ranzukommen. Lasst euer Auto erstmal halb offen. Ich will euch nicht bei eurer Gestaltung zu sehr einschränken. Wie gesagt, das ist halt individuell. Jedoch gibt es eine Sache, die bei fast allen Campern gleich ist. Die Küche sollte bei der Schiebetür sein, sodass ihr die Luftfeuchtigkeit schnell rauslassen könnt. Na gut, ihr habt das Short-Video vielleicht gesehen. Ihr benutzt dann wahrscheinlich eh einen Schnellkochtopf. Aber dennoch könnt ihr schnell die Luftfeuchtigkeit rauslassen und den Dreck rauslassen. Wenn ihr euch frisches, knackiges Brot holt und es dann anschneidet, krümelt das ohne Ende. Und dann könnt ihr es einfach direkt aus der Schiebetür rausschieben. Das könnt ihr euch definitiv hinter die Ohren schreiben. Das wird sich kaum ändern. Da ist mein Auto. Oh, ich bin durchgeschwitzt. Ich hätte wieder Klamotten waschen müssen. Aber dazu kommt dann übrigens auch ein eigenes Video. Der nächste Punkt ist, dass man meistens vergisst, dass beim Bau des Fahrzeugs schwere Sachen nach unten legt. Batterien sollten auf dem Boden sein. Eure Wassertanks sollten so tief im Auto sein wie möglich. Weil wenn ihr ein schweres Gewicht oben im Auto habt, dann schwankt es viel mehr. Man spürt es. Ich habe einen Ersatztank mal oben in der Hutablage gesetzt und Junge hat das geschwankt. Alles muss immer so tief wie möglich gesetzt werden und vor allem auch gesichert werden. Da hatte ich vorher gar nicht dran gedacht. Wenn ihr einen Unfall baut und ihr hinten so einen 20 Kilo Wassertank drin habt, das Ding wird zum Geschoss und fetzt euch alles weg. Das ist zwar nicht TÜV relevant, weil für den TÜV ist das einfach nur Ladungssicherung. Jedoch ist es eindeutig in eurem Interesse, dass dort alles mit so Querbalkenbomben fest reingesetzt wurde. Damit da nichts rumfliegt, wenn ihr auch eine Vollbremsung macht oder so. Ich erwähne das, weil ich selber, ich vollidiot, natürlich nicht am Anfang daran gedacht habe. Naja. War mal vorhin noch drüber gesprochen. Iveco. Jo. Aus Serbien. Ich habe die gefragt, aber die wollten ihr Auto leider nicht zeigen. Was auch okay ist. Wie gesagt, so ein Auto, deswegen habe ich einen Stealth Camper, so ein Auto ist ein Rückzugsort. Man will nicht unbedingt seine Toilette und sein Schlafzimmer gleich sofort auf YouTube zeigen. Bist du denn? Jo. Strubbelpeter. Ich dachte, ich hätte jetzt bei den Serben meinen letzten Punkt aufzeigen können. Und zwar solltet ihr von vornherein platzsparende Mechaniken benutzen. Ich meine, es ist sowieso klar, dass man alles so verschachtelt wie möglich einbaut, um Platz rauszuholen. Aber es gibt noch Tricks, wie zum Beispiel Tische, die man rauszieht. Einfach so Holzplatten, die man aus dem Schrank rauszieht, um diesen dann als Tisch zu benutzen. Davon solltet ihr so viel wie möglich einbauen, von vornherein. Und noch eine Sache, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Das habe ich bei meinem Bruder gesehen in Bayern. Der hat einen Tisch, den er aus dem Küchenschrank rausziehen kann, der bereits Füße hat. Und das habe ich mir als Bank in mein Auto reingebaut. Und das ist genial. Das nimmt quasi keinen Platz weg. Aber man hat viel mehr Sitzmöglichkeiten. Wenn ich jemals dein Auto sehe und du hast sowas nicht eingebaut, dann haue ich dir auf die Finger, weil davon kannst du nicht genug haben. Ich habe es geschafft. Da ist mein Auto. Und noch als letzten Tipp. Ich glaube, ich habe vorhin schon letzter Tipp gesagt. Aber als letzten Tipp will ich noch mitgeben. Ab und zu während des Bauens jemand anderen reinkommen lassen und euch von ihnen inspirieren lassen. Weil andere Leute sehen die Sachen anders und die haben manchmal Ideen, an die ihr gar nicht denkt. Und ich nenne das einfach Betriebsblindheit. Ich habe meine eigenen Träume und baue sie dann da rein und denke zum Beispiel gar nicht daran, dass möglicherweise mein Wassertank einfrieren könnte oder sowas. Hat mir ein anderer Kumpel gesagt. Aber leider zu spät. Siehe da, mein Wassertank friert ein, wenn ich bei minus 10 Grad in Österreich unterwegs bin. Also lasst ab und zu während des Baus noch andere Leute reinkommen, die nichts damit zu tun haben. Und sag denen, ey, ich baue hier seit einer Woche. Ich habe Betriebsblindheit. Sag mir deine Meinung. Sag mir irgendetwas, was ich nicht weiß. Was du ändern würdest. Bei mir im Fahrzeug war es hauptsächlich die Breite der Toilette. Grüße an Marc. Der hat gesagt, die Toilette ist ihm nicht breit genug. Da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, das noch umzubauen. Aber wie gesagt, ich reise eh zu 90 Prozent der Zeit alleine. Und das wäre ein Riesenaufwand, alles auszubauen und nur um die Toilette breiter zu machen. Wobei der Eimer auch eh nicht größer werden würde. Weil ich es mag, dass ich nur so kleine 10, 20 Liter Säcke da drin habe. Weil die gut in die öffentlichen Mülleimer reinpassen. Kleiner Tipp. Also habe ich das fallen lassen. Für die paar Mal, wo er da unbequem auf der Toilette sitzt, das ist es mir nicht wert. Er hat mich auf etwas hingewiesen, was ich vorher nicht bedacht hatte. So. Und im perfekten Moment. Ich bin zurück. Yes. So. Ich habe mich natürlich so hingestellt, dass ich eine richtig coole Aussicht vom Aufwählen aus habe. Ich hoffe, euch hat das Video irgendetwas gebracht. Und es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen was über Montenegro kennengelernt. Ich finde es super hier. Ich bin jetzt seit einem halben Monat in Montenegro, glaube ich. Und ich feiere das einfach nur abgöttisch. Die Leute sind super entspannt und mega respektvoll. Ja, wie gesagt. Das war jetzt nur eine schnelle Zusammenfassung. Ich will auf jeden Fall noch so eine YouTube-Serie machen, wo ich ein anderes Fahrzeug ausbaue. Und die ganzen Tipps in die Details hinein erkläre. Und falls ihr bis dahin irgendwelche Fragen habt. Oder irgendwelche Anregungen. Ich, Depp, habe bestimmt auch garantiert irgendetwas vergessen. Dann schreibt es mir. Ich gehe auf alle Kommentare ein. Es gibt ein paar Kommentare, die habe ich übersehen, weil die YouTube-App mich nicht benachrichtigt hat. Das tut mir leid. Ansonsten versuche ich die ganze Zeit, Videos reinzuknallen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Und man sieht sich unterwegs.